Die Leid zu holen, damit der Endstand betroffen hat, wiederum der Spieler mit der Nummer 12, Yusuf Lüh, sein drittes Tor in diesem Spiel, damit auch sein drittes zum E-Tor. Das ist Christian Wielers, die neue Stimme der Hallen-Stadtmeisterschaften. Wie hieß nochmal der von letztem Jahr, vorletzten Jahr, der Hallensprecher, keine Ahnung, äh... Helmut Götz. Helmut Götz, richtig. Lüde, erstes Zwischenfazit nach anderthalb Tagen. Ja, die Nervosität hat sich gelegt. Am Anfang war es wirklich, also gestern die ersten drei Stunden, war sehr, sehr kompliziert. Und ich muss nochmal meinen Hut ziehen vor Helmut Ossenbeck. Wahnsinnig, was der Mann geleistet hat. Ich merke das jetzt hier am eigenen Live. Also ich habe noch mehr Respekt vor ihm, als ich vorher hinzuh hatte. Herzlichen Dank. Und dein Team, links und rechts von dir ist auch neu. Gerion Stedding, zuständig für Recherchen und Archiv. Und der zweite Detektiv, Bob Andrews, Jörg Baberschke. Schönen. Vielen Dank und gutes Turnier noch. So, wir bleiben jetzt in dieser Gruppe. Vielen Dank. Schönen.